Abberuhigung, kracht in Dortmund Oh Jens Scheppert, glaube ich Nicht zu verhindern Hä, wann rutscht der Ball da durch? Oh jetzt, krass Guten Morgen Ich finde das krass, dass sein Setup noch lebt Also, wenn du so heftig mit dem Basie auf dem Tisch schepperst Dann tun doch immer irgendwelche Kabel Wackelkontakt haben danach Also, der muss extra die ganzen Schnittstellen verlötet haben, Bruder Der hat ein unsterbliches Setup Bruder, der Töre ist, glaube ich, euer Lieblings-Streamer Nochmal Noch einmal 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 功